Zu meinem ersten Let's Play Clash of Clans Video auf meinem Account Weber Clash Ich habe den Account gemacht, weil ich schon mal YouTube Videos gemacht habe und weil es mir einfach Spaß macht und ja, es wäre auch dann mal nett Tätet ihr auf meinem alten Account, den ich mit Dennis und mit Sven gemacht habe Der heißt nämlich, ähm, müssen wir noch Rathaus mitnehmen vielleicht Der heißt nämlich, Stereo Game Game Ich blende es dann euch auch noch ein, wenn ich es schaffe und ja, jetzt müssen wir hier noch mal ein B-Kin hinsetzen dass wir hier noch schnell das Rathaus wegmachen und dann war es das auch Ja, also ich schreibe euch auf jeden Fall mal in die Comments Ich schreibe es euch dann auf jeden Fall noch mal als Anzeige rein, was, wie mein alter Kanal heißt Und ja, was gibt es dazu zu sagen? Ich habe mir jetzt aus Fun einen neuen Kanal gemacht Aber es liegt jetzt halt daran, dass ich auch sehr oft noch bei Stereo Gaming Videos mache Und ja, deswegen Und ja, deswegen Und ja, deswegen Es ist halt auch so, dass wir nicht immer die Dass ich nicht jeden Tag ein Video machen kann Und das müsst ihr auch verstehen Aber ich glaube, das klappt schon Wenn wir da zusammen machen Und ja Ich heiße Dennis von Stereo Das hat mal der Dennis von meinem eigenen Account so gemacht Ja, ich finde es eigentlich nicht so toll Aber was halt ist, ist halt Und wir greifen an Im Clan Krieg habe ich heute einen Angriff gemacht Mit 8 Barbar Level 5 9 Bogies Level 4 4 Maulensprenger Level 3 5 Magier Level 4 3 Packers 2 Golems Einmal mein B-Krieg Level 6 Und einmal einem Heilzauber Level 2 Und 2 Wootzaubern Level 2 Und ja So, jetzt setze ich hier die Barbaren als kleines Ablenkungsverlöver So, dann warte ich jetzt bis hier die So, und jetzt kommen gleich die Pekka Dann habe ich jetzt hier gleich Den ersten Gut zaubert drauf gehauen Und den ersten Hals aber auch Dann setze ich hier da drüben Zünde ich gleich mein Barbarenki Die Magier machen da hinten Terror Es war so wichtig, dass ich die Magier da hingesetzt habe Weil nur durch die Konnte ich noch das Rathaus mitnehmen So, jetzt habe ich meinen Barbarenki hingezündet Nein Habe ich noch nicht gezündet Ich habe da blöderweise Ein Wurzauber Hingesetzt Jetzt habe ich ihn gezündet Und jetzt seht ihr auch Dass hier die Magier hier ganz schön Terror machen Und Pekka's Level Eins geht schon ab Zack Nen, ähm Ding, der will zwei einen Ein Tesla Level 2 machen Die wird zwei schon länger in Sport Und die anderen Das war auch schon mein Angriff Ich habe ganz Schon einen ganz guten Kriegspony Darauf komme ich auch gleich noch Und auch noch auf mein Clan Nämlich Ich habe 558.000 von meinem Und 1.800 Mein Clan ist die Klingeln Clan Level 2 Und das war auch mal Mein Fan Clan Mein Alter Da habe ich nämlich noch Einen ganz, 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 ganz alten YouTube-Kanal Den gibt es jetzt aber nicht mehr Den hat der Herr von Papa ausstellt Den sehen wir Hä? Ah ja, hier ist er ja Also Den Sorry, ich bin ein bisschen Gefettet Und es wäre nett, wenn ihr Reinkommt Der Man braucht nur 800 Trophäen Und ja Der ist auf Germany Und jetzt seht ihr auch hier Ja Das wäre dann die Kleine Informationsforschung Also jedenfalls Ich finde es schön Und es wäre auch nett Wenn ihr noch Einen Like Da lassen Tätet Und Intro So viel kann ich euch schon mal sagen Gibt es Vorerst Heim Und ja Dann sehen wir Uns in der nächsten Folge wieder Wo ich euch zeige Wie ihr auf Auf meinem Kanal kommt Und ja Deswegen kann ich jetzt sagen Das war's für heute Leute Haut rein Ciao Bis zum nächsten Mal